er hat abgewehrt er hat was gegen den schwächsten und dummsten und die mit der größten Klappe komme ich nicht an. Hallöchen liebe Minutaren, Hallöchen liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von One Piece Burning Blood. Ja, in der letzten Folge konnten wir einen Vorgeschmack auf Marcos Kräfte bekommen, wo ziemlich nice waren. Und jetzt machen wir hier den roten Hund platt. Hoffe ich. Sonnamaikina. Hm, ist es eine Art Minigame oder muss ich hier feigen. Spezialsprung. Weitbild Spezialsprung lässt jede Zitter andrücker. Spezialangriff in der Luft. Okay. Autsch. Man. So. Nein. Nein. Mann. Stirb endlich. Au. Ich check noch nicht ganz was die Speziale hat. Was. Talent. Von. Von Dings. Hier so. Whitebeard. So. Bewirkt. Oh ja. War dumm von mir. Sorry. Äh. Ja. Gut. Äh. Tausch. Obsession. Okay. Steht gar nicht glaube ich. Ja. Mein Gott ey. 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 Alter ich komm nicht zu einem einzigen Schlag. Oh Himmellaschen zwirn. So komm. Ich hab mir das jetzt mal krank gemacht. Schlau. Oh man ey. Ah. Als ob. Jaaaa. Weiß jetzt paar- Attacken brauchen viel zu lange verdammt nochmal. Huuu. Und jetzt was kann das? ja dass ich sterbe das kann es das ist nicht mein charakter das ist das königshake gewesen was kam ein haki die attacke wenden sich jahwoll fast fünf minuten für den ersten kampf gebracht ruffy oh gott sei dank weil pia ruffy kämpfen will erschlossen gegen marine und samurai um es wird das will ich ja auch schwer hoffen mein lieber das will ich auch richtig sehr schwer eine gefährliche muss ein gefährliches schlacht wird alles los geht's erklären jetzt bitte nicht noch mal die grundsteuerung kommst du wohl hier oh scheiße ouch da zwar ruffy erwischt aber mit zweit wird konnte ich doch noch leider aus aus ja 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 das wird spaß und ich liebe es wie weit wird immer das gleiche immer dieses diesen einen kleinen satz sagt so na 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 sicht soll das sein Das ist ein Mann, der in der Krieg warst. Sie haben sich schon ein bisschen geblasen. Captain Buggy, wir werden uns nicht verletzen. Wir müssen jetzt die Schrohige ausfüllen. Oh, Otomo, du bist ein Mann! Oh, was ich sagen? Aber wie ist das, was die Krieg? Der Krieg, der Krieg, ist ein bekanntes Mann. Hey, Akappana! Wer ist Akappana? Wer ist das? Wer ist das? Ich denke, du bist ein Kind von Roger. Du hast es nicht angenehm. Du hast es geschafft. Ich habe es getötet. Das ist Schluss. Ich werde es nicht weg. Was? Nein, Mann! Alter! Mann, nein! Warte! Warte! Habt ihr diesen letzten Angriff gesehen? Mit dem hat er mir so viel Leben abgezogen! Was? Oh Mann, nee! Alter! Oh! Oh! Ach komm schon! Das ist unfair, dass seine Kraft auf einmal steigt! Achtet mal auf seine Lebensanzeige! Oben links hat er da so ein Angriffssymbol, das steigt! Oh Mann! Oh Mann! Ja du sieht! Der Sticker an die ganz langen Hölle! Geht hier bitteschön ab! Was soll diese Scheiße hier?! Ja, falscher Knopf! Echt SCHWARTEN? Nein, Fatszak! Oh, er hat's abgewährt Er hat's Was? Gegen den schwächsten und dümmsten Und den mit der größten Klappe Komme ich nicht an Alter Alter Ein Viertel von meinem Leben weg Nein Ich bin jetzt mal ganz still Und konzentriere mich mal ein bisschen Ich bin jetzt Oh! Das ist es! Du hast viele damit schon erlebt! Die Karte nicht aufmerksam sind... Das ist doch immer eine Karte, das ist doch nicht das geliebte. Wie willst du die Einladung des Kapitales anladen? Den Finger schlägt nicht hin an. Die stünde ist dann schon eine Spannung. Oh! Ich hatte gerade wirklich Mühe mit dem Typen, ey. Ich bin, ich bin, ich bin. Wir haben die Flamen trügel. Wir haben die Flamen, die Flamen und den Kranke zu haben. Aber die Flamen der Flamen, wird die Flamen, versetzt, auf dem Blumen. Ich verstehe, Flamen! Das ist ein Wettbewerb. Ja, toll. Oh, schon wieder? Bam, 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 so. Huch? Nach oben? Alles klar. Wie heftig das gerade war. Ich habe das Gefühl, das Spiel setzt Kräfte an den Gegnern frei, die eigentlich gar nicht logisch sein sollten. Na ja, ups, da bin ich jetzt gerade mit dem Fuß vorangekommen. So, Redbeard in Schwierigkeiten. Also man hat keinen nur täuscht, Squadron, sodass er Redbeard verletzt. Heute wird er, gibt ihn und zieht in den Kampf. Oh, Mann. Übrigens, sagt mir Bescheid, wenn... wenn es zu leise vom In-Gen-Sound ist, zu leise, zu laut, was auch immer. So, ich habe immer das Gefühl, dass da in der rechten unteren Ecke ist... Spezial super Angriff. Sprung Angriff. Äh, das ist hier. Jetzt drücke. Spezial Angriff in der Luft. Okay. Ich habe immer das Gefühl, dass da unten rechts, bei diesem Ladebildschirm mit dem Epik-Musik ist sozusagen Train Long aus Dragon Ball Z. Okay. Du schon wieder. So, jetzt lass mich gerade kurz was nachschauen. Der Mann, der die Erde erzittern ließ. Okay. Alles klar. Oh. 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 Das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Autsch. Autsch. Spazerknopf. So, komm komm. fliegt schön und noch mal vor die presse ich bin auch noch ein bisschen am lesen was passiert ja man hatte ich gegen alle drei ankämpfen willst du mich verarschen ich muss noch gegen ein ich habe doch abgewehrt bitte sagt mir ich muss nicht von anfangen bitte nicht oh gott das wird ein harter nein in der bastard Setz die Schauflatak ein. Komm her, komm her. Autsch. Ja! Oh Manu! Oh Gott, ich habe nachher keine Chance dagegen. Ja. Ich richte mich ganz kurz mal auf. Ein bisschen Husten muss auch sein. Und jetzt wird hier auch gerannt. Gott! Ey, dieses Match. Dieser Kampf ist doch echt unfair. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Oh! 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 Gott sei Dank haben die gewechselt, jetzt habe ich eine bessere Chance. Nein! 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 Nein, nein! Mann! Nein, falscher Knopf, was hast du denn gekocht, oh yeah, war das gerade ne Kombo, war das gerade ne Kombo, oh, jetzt läuft's, jetzt läuft's, jetzt läuft's, joh, 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 als ob, als ob verschwinde, oh, wer tamtaxt, ouch, Aua. Ich muss so weitermachen, ich muss so weitermachen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss ihn so bis hin. Nein, 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 das Spiel ist unfair, das Spiel ist sowas von unfair. Ja. Ja, das ist tot. Ah. Ja, Mann. Autsch! So, komm ich hab noch die Lifetime, lass leben, komm! Jawoll! Boom! Ja, komm schon, jetzt läuft's so richtig gut, komm schon! No, Mainz! Oh Gott! Jawoll! So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Boom! Ey, bleib hier! Oh Gott! Oh Gott! Ja, den Kampf beenden, bitte! Oh Gott! Ich bin fertig! Mit den Nerven! Oh, das hat, das hat Nerven gekostet! Himmelschenzwirn, wenn's jetzt schon so schwer ist, dann will ich nicht wissen, wie es später wird! Oh Gott! Wenn's euch gefallen hat, Leute, ein Däumchen nach oben, wenn ihr schlecht, wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist! Ich würd' mich sehr darüber freuen, wenn ihr draufklägt! Ja! Und, wir sehen uns in der nächsten Folge! Tschaußen! Tschaußen!